Es gibt viele Dinge, die nicht von allen genutzt werden, aber allen zugänglich sind. Sportanlagen, Parks, Museen und Theater zum Beispiel. Und weil sie wichtig sind, werden sie aus Steuermitteln bezahlt. Und auch die Mobilität ist ein Grundbedürfnis in der modernen Welt. Und deshalb muss das die Gemeinschaft gemeinsam sicherstellen. Fahrscheinfrei ist keine Geldverschwendung, sondern Voraussetzung für Mobilität, und Teilhabe.